Ich bin überzeugt davon, dass je mehr Energiequellen wir haben, desto besser und gleichzeitig je mehr verschiedene Routen es gibt, desto besser. Und jetzt teile ich den Zugang all jener, die sagen, naja, je mehr wir diversifizieren können, was die Energiequellen und die Herkunft betrifft, desto besser ist das. Ich teile aber genauso den Zugang, dass zwei Routen besser sind als eine und drei Routen besser sind als zwei. Und insofern, sowohl als österreichischer Bundeskanzler als auch als überzeugter Europäer halte ich persönlich dieses Projekt für positiv, genauso wie auch deutsche Bundesregierung und viele andere Staaten in der Europäischen Union. Und ich glaube, dass wir auch da gemeinsam dieses Projekt werden realisieren können.